Am Sonntag findet in Brasilien die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Ein däntiger Favorit ist der rechtsextreme Jair Bolsonaro, dessen Kampagne geprägt ist von Hassreden, Gewalt gegen Journalisten und Missachtung der Menschenrechte. Seit Beginn des Wahlkampfes waren Journalisten bevorzugte Ziele von Bolsonaro und seinen Anhängern. Die Zeitung Forjeci San Paolo ist eine Hasskampagne ausgesetzt, nachdem sie berichtet hatte, wie Bolsonaro-Anhänger illegal eine WhatsApp-Desinformationskampagne nutzten, um Wähler für sich zu gewinnen. Läu κohPS-Aihau Ichнибудь za Ban Untertitelung für Sie. Vielen Dank.